Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder mal ein neues Video auf meinem Kanal, aber diesmal nicht zu World War II Zombies, sondern mal wieder zu Black Ops 3. Ja, lange gab es ja kein Video mehr zu Treyarch im letzten COD, da es eigentlich nicht wirklich Neues zu diesen gab. Aber ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal versprechen, dass es zu Treyarch dieses Jahr wieder einige Videos geben wird, da ja im November das neue Call of Duty erscheinen wird, welches eben von Treyarch entwickelt wird. Aber warum es in diesem Video eigentlich gehen sollte, ist um die Black Ops 2 Karte Mob of a Dead, denn als letztes Jahr Chronicles erschienen ist von Treyarch, hatten ja viele gehofft, dass auch die Karte Mob of a Dead mit dabei ist. Leider war dies nicht der Fall und deswegen hofften auch einige danach noch, dass Treyarch vielleicht diese Insta-Karte später remasteren würde, aber bis jetzt gab es dazu eigentlich nie wirklich Hinweise. Bis eigentlich auf gestern, denn da hat sich David Wonderhaar, der Game Design Director von Treyarch, mit einem mysteriösen Tweet zu Wort gemeldet, denn er hat dort ein Bit veröffentlicht, bei welchem er dazu geschrieben hat, A scene outside 79 Diesel Rapids Office. I love our zombie community. Was eigentlich auf Deutsch übersetzt bedeutet, gesehen außerhalb von 79 Diesel Rapids Büro, ich liebe unsere Zombie Community. Und auf dem Bild selbst sieht man mehrere der ausgedruckten Bilder, die an einer Wand hängen und auf jedem Bild sieht man irgendwas, was mit der Remasterung von Mob of a Dead zu tun hat. Wenn man jetzt mal die einzelnen Bilder genauer anschaut, dann sieht man auf dem ersten Bild einen TV-Bericht, in dem jemand im Hintergrund ein Plakat mit Remaster Mob of a Dead hochhält. Auf dem zweiten Bild sieht man dann ein Wrestling-Match, bei welchem auch im Hintergrund ein Plakat mit der gleichen Aufschrift hochgehalten wird. Und auf dem nächsten sieht man dann, wie jemand oder wie eine Klasse anscheinend ein Kahu-Spiel spielt. Und anscheinend ist das Ganze irgendwie in der Schule und da hat sich eben auch einer der Leute, die da eben mitspielt, auch wieder Remaster Mob of a Dead genannt. Und auf dem letzten Bild hat dann jemand ein Google-Fiber-Shirt erstellt, auf welchem er dann geschrieben hat, Make the Internet Remaster Mob of a Dead. Ob welche Bilder davon echt sind oder auch gephotoshoppt sind, kann man jetzt da nicht wirklich sagen. Trotzdem ist es eigentlich in der Zombie-Community bekannt, dass eigentlich sehr viele sich ein Mob of a Dead Remaster gewünscht haben, nachdem Chronicles erschienen ist. Leider wurde das wirklich nie gemacht und deswegen gab es immer wieder solche kleinen Memes in der Zombie-Community, wo jemand das Ganze gemacht hat oder sich eben so genannt hat. Und dies haben eben auch die Leute bei Treyarch mitbekommen. Deswegen hat anscheinend 79 Diesel Rapid diese Bilder ausgedruckt und vor seine Wand gehängt, denn er ist nämlich auch der Lead-Level der Signer bei Treyarch. Und vielleicht hat er auch damals was mit Chronicles bzw. mit dem Zombie-Modus zu tun, also bei der Kartenerstellung. Ob das jetzt einfach so ein Random-Tweet von David Wanderer war oder ob er uns wirklich absichtlich teasern wollte, ist eine andere Frage. Das wirklich komischste an der ganzen Sache ist wirklich, dass er seinen Tweet mit diesem Bild kurz darauf wieder gelöscht hat. Und dies kann auch einfach den Grund haben, dass eben viele nach diesem Tweet gedacht haben, dass David absichtlich das getweetet hat, um uns Hinweise zu geben, dass wirklich ein Mob of a Dead Remaster in Zukunft erscheinen wird. Aber vielleicht wollte David das auch gar nicht, dass er uns teasert bzw. dass wir denken, dass er uns teasert. Deswegen vielleicht hat er auch aus diesem Grund dieses Bild wieder gelöscht, weil er mitbekommen hat, oh scheiße, die Leute denken, wir machen ein Remaster von Mob of a Dead, ich lösche schnell wieder diesen Tweet. Aber das war eigentlich auch eine dumme Idee, denn jetzt kann man natürlich wieder vermuten, er wollte uns teasern und hat aus diesem Grund schnell wieder das Bild gelöscht, um eben nur ein paar Leute zu teasern, um den Hype wieder ein bisschen größer zu machen. Aber was jetzt wirklich die Absicht dahinter war, ob jetzt David uns teasern wollte, ob das einfach ein Random Tweet war, weil er eben das Ganze wirklich vor dem Büro von einem Mitarbeiter gesehen hat und er das Ganze ziemlich cool fand, kann man leider echt nicht sagen. Also was wirklich jetzt ist oder was falsch ist oder ob das ein Teaser war oder nicht, das bleibt wirklich offen. Ob es jetzt nun wirklich ein Mob of a Dead Remake dieses Jahr geben wird, bezweifle ich eigentlich ganz ehrlich, weil es wie am Anfang schon gesagt ist, das Jahr von Twerk ist, das heißt, wo sie eben ihr COD rausbringen und sie sich wahrscheinlich mehr auf das neue COD konzentrieren als auf ein Mob Remake. Aber wer weiß das schon, weil ich ganz ehrlich am Anfang auch nicht gedacht hätte, dass es ein Zombie Chronicles DLC geben wird mit diesen ganzen alten Karten. Jetzt würde ich aber trotzdem nochmal eure Meinung zu der ganzen Sache wissen, schreibt doch gerne mal, was ihr dazu denkt, ob es ein Mob Remake geben wird, ob das Ganze absichtlich von David Wanda war oder nicht. Schreibt das Ganze einfach mal gerne in die Kommentare, da können wir gerne drüber diskutieren und somit hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.